Hallo ihr Süßen, wundern euch nicht, ich bin die Waldrausch, denn China sitzt noch hier und tut sich, wie heißt das hier, das tut sich retuschieren noch, das ist noch nicht zu Ende. So, und da hat es gesagt, ich soll heute was erzählen. Hier, ich zeige euch mal, guckt hier, China sitzt noch hier, seht ihr das? Aber ihr Lieben, ich wundern nicht, ich habe heute Waldrausch das Feld überlassen, ich bin da mitten beim Schminken. Ne, jetzt hör auf zu quatschen, nix mach ich. Na du, ich sag nix, ich muss eh fertig werden, lass die mal quatschen, sie lieben bis zum nächsten Mal. Ne, sag nicht mal, ich bin jetzt hier, sag mal stille jetzt hier. So, also Kinders, warte auf, ich bin ja mal froh, wenn es bald, wenn es China mich mal mitnimmt, wenn ich mal mitkommt. So, wir sind jetzt hier in Oberwiesenthal, im Panorama Ring Hotel heißt das hier. Wie ihr sehen könnt, total schön idyllisch auch gelegen. Heute Nachmittag kam sogar schon der erste Schnee ein bisschen runter, war gleich mal ein bisschen schön gewesen. So, heute ist hier, wie heißt das, eine große Gala, soll das sein, heißt das. Ich kenne mich da nicht so aus. Und zwar, das Hotel hat jetzt hier eingeladen, die ganzen Leute, mit denen sie so zusammenarbeiten tun, und die sind jetzt hier groß am Feiern, naja, ich bin gespannt. Und Musik haben sie da. Kinder, ich weiß nicht, ob ihr die kennt, die Erbschleicher. Ich bin ja ganz froh, dass ich nicht mit die verwandt bin, sonst holen die sich noch mein Geld weg. Das ist für die, die die nicht kennen tun, das sind so junge Männer, und die machen so die Musik. Also wie hat China gesagt, das ist das Gegenstück zu den Pfandrichten, nee, Randfichten heißen die. Das ist Gegenstück zu den Randfichten, die kennt man ja, ob da die immer den alten, toten Sack noch ausgraben wollen. Wisst ihr, wen ich meine? Ihr Lieben, wir machen uns heute hier einen schönen Abend. Wie gesagt, ich bin gespannt, wenn wir dann in China, wenn die nach Hause fahren, ob es dann wieder schneiden tut hier. Ich habe ja noch nicht einmal die Schweigs an der Schultern, naja, wir werden sehen. Macht es mal gut, wir machen es auch gut, und China, wir kommen langsam mal in die Pötte hier, ne? Tschüssi, eure Waldraut. Amen. Amen.